Ganz ein kleiner, ganz in Italien. Ich bin auch geliebt, wenn das Fische verkehrt ist. Egal, weg ist es nicht. Cuckoo, 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 Cuckoo! Das Wetter geht so! Für den Fisch geht es so. Weisst du, was das für ein Föbel sind? Ja, Cuckoo. Cuckoo, Cuckoo, Cuckoo! Cuckoo, 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 Cuckoo! Cuckoo, wie heisst es ihr? Iwon heisst es Apropos. Hey, da wird alles auf. Ja, das ist ja gut. Das traue ich dir nicht zu. Da traue ich dir nicht zu. Ich traue noch alles, sie sehe ich dir nicht. Wir verklagen die hier bei YouTube. Ja, YouTube. Die waren alle. Fisch. And your connection. So war's. Hey, schau mal. Jetzt kommt es mir zu. Wir verwendeten rote Gründe am Abend. Was meinst du, der ist jetzt dabei? Der ist der Sack. Der Dreck-Sack? Nein. Die Russen sind da hinten auf der Kartoffelmaschine. Sie nehmen die Kartoffeln und sagen, wow, die sind so gross wie Eier von der Kartoffelmaschine. Meine Eier von meiner Eier und die anderen. Was? So gross? Nein, so schmutzig. Dann musst du anders erzählen. Ich war auf dem Gemüsemarkt in St. Gallen. Dann habe ich gesehen, zwei Jugoslamen sagen, oh, schau mal, diese Karotte. So gross wie meine von meiner Eier zu Hause. So gross, nein, so dreckig. So gross wie meine Eier. Jetzt weint ihr schon recht. Ey, wahr. Jetzt wo das Recht hätt schon recht. Ich hab dir direkt gesagt. Ich hab dir direkt gesagt. So, wir können noch die Kühe machen. Nachher. Welcher? Ich geh mal hoch. Warte, Monika. Ich hab die Küchekäfte. Ich hab die Küchekäfte. Ich hab die Suppe und den Alkohol. Zwei Filme sind sie für ein bisschen Heim. Wie ein dummer Sieger. Ich hab die ganze Heim in ganz Jollern. Ich hab die ganze Heim. Ich hab die Brauerei, Max. Ich geh jetzt zurück in den Bach hin, ich hab die Eingang jetzt zum Verloren. Ich hab die Küche gegessen. Ich hab die Küche gegessen. Ich hab noch bald gegessen. Ich hab die Küche gegessen. Ich hab die Küche gegessen. Ich hab die Küche gegessen. Was willst du denn die Schneiderli auch nicht hin? Ich hab vielleicht ein kränkst Engel in die Küche. Jetzt reib ich mich da. Ich hab so Angst, dass ich mich nicht. Ich hab die Küche wieder. Ich hab die Küche wieder. Ich hab die Küche wieder. Ich hab die Küche wieder geschmackt. Ich hab die Küche da. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab die Küche wiedergegeben. Aber ich hab's nicht... Ich hab' nicht gesehen. Wo ist die Küche?